Nichts machen. Ich weine ja schon leise mit einem Fäustchen, dass das so ist. Ja, es tut mir wirklich so leid. In welcher Folge ich wohl bin? Ich wollte eigentlich vier Folgen aufnehmen, denn in der nächsten Woche bin ich nicht da. Es sind nämlich bei uns gerade die Sommerferien und das ist die vierte Ferienwoche. Leider schon. Also die Hälfte der Ferien sind um. Das ist traurig. Ich könnte jahrelang weinen darüber. Das ist auch wirklich so. Das ist wirklich traurig. Halt. Stopp. Ich glaube, ich weiß, woraus ich was helles ist. Also Sandstein. Vielleicht sieht das nicht so gut aus mit dem Sand, aber... Hm. Lass mich mal überlegen. Ich würde am liebsten Sandsteinwände machen. Was würde die Schild am liebsten machen? Schreib's in die Kommentare, auch wenn ich es höchstwahrscheinlich nicht mehr berücksichtigen kann. Weil ich ja nicht mehr live hier so Livestream machen kann. Hm, wie viele Zuschauer ich wohl bei einem Livestream hätte? Hm, jetzt hab ich 10.000 Videoaufrufe in zwei Monaten. Das ist nicht sonderlich viel. Aber ich bin richtig zufrieden damit. Also, es gibt da sehr, sehr viele Leute, die Minecraft-Videos machen und kaum Aufrufe haben. Und da bin ich eigentlich schon ganz zufrieden mit meinen... hier manchmal so, äh, paar Aufrufen. Also, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Und danke, danke, danke. Ich kann's nicht oft genug sagen. Danke nochmal dafür, für diese Aufrufe. Ihr seid wirklich superklasse. Wollte ich nur nochmal erwähnen. Ist auch wirklich so. Deshalb verbaue ich mich auch gleich nochmal für euch. Ach, schön. Übrigens, meine Parts, wie ihr sicher gemerkt habt, werden nur ungefähr immer 10 Minuten lang. Mein Internet ist schuld daran. Ihr könnt ja wegen mir sponsoren, damit ich mir, äh, eine bessere Leitung oder damit sich meine Eltern eine bessere Leitung zulegen. Tja, ich glaub, das bleibt und ist eine Wunschvorstellung. Wo gehen wir denn mal Palmen roden? Vielleicht sollten wir auch mal was nachpflanzen. Wisst ihr was? Wir machen hier unsere Palmenplantage. Ja, ob man da auch noch mehr ran machen kann? Aber hier vorne würde ich gerne eine Palme stehen lassen. Jetzt gibt es noch Mil oder sowas. Und ist das da hinten Bambus? Ne, das ist Zuckerrohr. Hm, was wollen wir denn mit Zuckerrohr? Kann man nicht viel machen, ne? Ah, jetzt fehlt mir ein, was das helle Holz ist. Bambus ist doch das helle Holz. Hast du was doofes? Das hatte ich doch gleich vergessen. Ah, aus Bambus mach ich das Dach. Ich weiß es, ich weiß es. Ihr wusstet's nicht. So, ich hoffe, ich mach jetzt nichts Falsches, indem ich hier so gut wie alles fürs Dach verarbeite. Ach, geht das nicht? Ah, das ist ja ganz gut so. Gut, jetzt haben wir keinen einzigen Bambus mehr für irgendeine Bambuskiste. War wirklich super, was du gemacht hast. Es ist immer super, was du gemacht hast, Hugo. Oder für meine das 07 oder Hugo 3010, wie ich ihn gehen heiße. Und er bereitet sich vor. Ah, geschafft! Super, gut. Ich würde sagen, also ich würde viel sagen, also wir machen dieses Lied. Dieses Lied auch nicht. Ich lebe. Gut, wir nehmen mal das Lied. Meine Playlist ist übrigens doch nicht so lange da, deshalb kann ich auch noch nicht so viel zu den Liedern sagen. Vielleicht könnt ihr auch was für den Liedern sagen. Singt doch in die Kommentare, was ihr dazu sagen würdet, ja? Das würde mich wirklich sehr freuen. Also ihr sollt jetzt in die Kommentare singen. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe alle, ihr wisst, wie man in die Kommentare singt, ne? Ihr dürftet das schon wissen. Okay. Schon wieder okay gesagt. Ach, Semper Video. Immer am Ende okay. Was ist das denn? So und so und so. Aber diese Bambussorten finde ich wirklich schön. Minecraft-Entwickler, bitte entwickelt Bambus. Ja, man hat ja immer früher zu Zuckerrohr Bambus gesagt, ne? Völlig falsch, wie ich weiß. Völlig. Ganz völlig sogar. Die Minecraft-Entwickler haben immer in ihr Fäustchen geweint, wenn jemand Bambus gesagt hat, ja, merkt euch das. Minecraft-Entwickler mögen sowas nicht. Schade, das Notch nicht immer Minecraft-Entwickler. Mann. Diese neuen Minecraft-Updates sind nicht mehr so. Aber auf 1.3 da freuen sich ja jetzt schon die Leute ziemlich. Ich spreche das auch. Ich bin gespannt, bin ich ja darauf, dass der Singleplayer gesprochen wird. Ha, wir hatten die Idee gehabt. Singleplayer-Streichen? Das ist ja wohl die Idee des Jahres. Ja, also die schlechte Idee des Jahres, du musst die wissen. Ja, gut, ich muss ein bisschen überlegen. Tach, sie ist der gleich falsch überlegt. Ihr seid schuld, wisst ihr das? Sag mal, wir haben das nicht an den Ecken gemacht. Ach man, das war doch richtig. Aber, ja, Entschuldigung, ich muss die mal... Da endet die Stufe, und an die Stufe, also hier endet die Stufe, an die Stufe kommt das dran, und dann das hier weg, und dafür das hier dran. Entschuldigung, ich muss mal kurz... erstens das hier abholen, und zweitens die Ecken angucken. Was habe ich denn da gemacht? Mann! Hm, komisch. Ah, irgendwie ist das verwirrend, dass ich jetzt hier schon... Mist, ich muss mir erstmal hier wieder rausgehen. Gut. Flop, und runter. Und... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen. Oh, das Mikrofon. Das dürftet ihr jetzt gehört haben. Das hört mir nicht böse, dass ich ein Mikrofon nachhaue. Nein. Schreibt doch ja nicht in die Kommentare. Nein, nein, gebt das Mikrofon ins Kinderheim, das wird zu Hause gehauen. Ja, das ist nun mal so, das ist ganz normal. Also, nicht Wunder darüber. Man haut seine Mikrofone nun mal, wenn sie freundlich sind. Naja, da ist es auch das schlechte Mikrofon. Tja, und ich würde sagen, fertige Arbeit. Schön, einfach nur mollig. Wir können hier einziehen. Hey, komm, dann zieht ihr ein. Aber vorher? Vorher. Bis soll ich uns Sandstein. Gut, das machen wir mal. Einmal gucken, ob wir noch was haben. Gut. Und jetzt grabe ich mich mal in die Sandsteininsel. Wir bezeichnen das hier einfach mal als Sandsteininsel. Und tun uns das Holz da. Gut. 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 Ich sage jetzt, ich sage jetzt mal, wenn ich hoch höre, für gut. 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 Gut, das reicht. Und, wir haben schon wieder ein Bäumchen gehackt. und schwer zögern denn nicht das hühnchen die sind wirklich schnell weg Rommel ich tut mir so leid ich werde am besten ich bin ich baue hier mal Sand und um wir machen daraus sein das ist ein Stück das ist ein Stück also im Sinne nicht und sieben ist auf ganz viele Dinge sagt mich auf die ich auf dich da drüben auf dich da hinten und auf dich da vorne natürlich auch auf dich links hinten und auf dich vorne rechts die überall warten und wie ihr die wenn ihr nicht wartet und wie das mit Kohle und besuchten Sandstein das ist ein Stück das ist so was sieben zu finden wobei es fällt mir bestimmt alles auf dem Kopf oder wehe dir wenn mir was auf dem Kopf fällt ich will hier wir gehen den machen wir weiter und ich glaube jetzt kommt es an das war's habe ich die vermuten Aho und ich glaube ich bin jetzt mal wieder raus tralalala tralalalala ich muss sie unbedingt von Bismarck installieren fällt mir gerade mal so ein ich habe schon wieder das Mikrofon probiert oh nein ich bin ein Mikrofonschein da nein bin ich nicht Mikrofone sind doch einfach nur freundlich was ist das denn es liegt ja was rum auf jeden Fall sieht unser Haus schon mal sehr tropisch aus bitte einen riesigen Applaus dafür dass unser Haus tropisch aussieht wie sehr Applaus dafür dass es gelackt hat aber darauf müsst ihr euch einstellen das hängt darum mit an wenn kleine raps raps mal wieder die Aufnahme steht okay wie viel Sandstein haben wir denn ja das ist schon ganz gut Entschuldigung ich muss mal kurz belegen ich mache mal kurz nur die eine Wand um zu gucken wie das aussieht gibt es nicht auch noch diese neuen Sandsteine würde mich ja mal interessieren wie die aussieht so das hier wird dann auch noch ja ich glaube das müssen wir auch noch zumachen also wenn das Haus scheiße aussieht dann schreibt das bitte in die Kommentare und reißt es aus der Ferne mit euren bösen Blicken ab ja okay schon wieder okay gesagt ja komm ist ein Haus ne mit Fenster drin wäre es schöner ne doch kann man als Haus werden würde ich sagen und als nicht so hässliches Haus ne guck mal damit schaffen wir noch zwei rein und dann schaffen wir noch auf die Taste um Flex zu drücken das ist nämlich meine Taste zum Beenden der Aufnahme denn das war es mit der ersten Aufnahme Session ich mach mal ein kleines Päuschen und für euch geht es dann bald weiter mit Let's Survive Modifikation Tropicraft in Minecraft in WM-007 im Kanal der Kanäle und auf Wiedersehen tschüss bis zum nächsten Mal